Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ankündigung, zusammen mit mir, ich bin Felix der Weise. Bereits Ende 2022 gab Entwickler Duftail Games in einem Artikel bekannt, dass die Möglichkeiten geprüft werden, ob der Train Simulator Classic möglicherweise neue und größere technische Updates bekommt, welche es ermöglichen sollen, dass dieses Spiel, welches ja ursprünglich Anfang der 2000er Jahre entwickelt wurde, nun auf aktuellen Stand gebracht wird, so dass der Train Simulator besser mit modernen PC-Systemen und modernen aktuellen Betriebssystemen umgehen kann. Heute am 15. März 2023 veröffentlicht der Entwickler Duftail Games nun einen weiteren Artikel zu diesem Thema und gab einige Details bekannt, woran genau nun für den Train Simulator Classic gearbeitet wird. Konkret geht es hier, wie gesagt, um viele technische Dinge, die eben nach und nach aktualisiert und verbessert werden sollen. Es gibt hierfür keine Release-Termine, es ist, wie gesagt, nur ein erster Einblick, woran konkret gearbeitet wird. Die Weiterentwicklung des Train Simulator Classic soll hier in verschiedenen Phasen ablaufen. Und zu Phase 1 gehört, dass die Kern, also die Grundengine, der Kern des Spiels, also der Core, welcher ja auf Visual Studio basiert, zunächst erst einmal auf eine aktuelle Version gebracht wird. Das Spiel wurde ursprünglich auf Visual Studio 2010 entwickelt und Ziel soll es sein in der ersten Phase, dass der Kern des Spiels auf Visual Studio 2022 aktualisiert wird. Mittlerweile ist man Stand, als der Artikel veröffentlicht wurde, auf der Version Visual Studio 2017 angelangt. Es kann immer nur von Version zu Version ein Update erfolgen. Zum Beispiel ein Update von 2010 auf 2022 direkt ist aus technischen Gründen nicht möglich, da eben hier meist viele Fehler entstehen. Deswegen muss das Ganze immer Stück für Stück erfolgen. Und ein Hauptgrund dafür ist außerdem, dass Entwickler DTG die Abwärtskompatibilität und Kompatibilität zu Content von Drittentwicklern weiter gewährleisten möchte. Wie gesagt, mittlerweile ist man bei der Version Visual Studio 2017 angekommen und aktuell sind Inhalte von Drittentwicklern zu 95% kompatibel mit dieser Version. Außerdem wird auch am PBA-Material gearbeitet und vor allem soll der Grafikbeschleuniger DirectX 12 nun unterstützt werden im Trainsimulator. Dies ist vielleicht die wichtigste Ankündigung. Und dies scheint so, als ob dies sehr große Priorität hat, denn es soll wohl als experimentelle Versuchsversion veröffentlicht werden. Das bedeutet, es soll zunächst mit der Hilfe der Train Simulator Spielenden die Möglichkeit geben, diese Funktion zu testen. Sie ist aktuell noch nicht freigegeben bzw. noch nicht aktualisiert, aber es soll als experimentelle Versuchsversion freigegeben werden. Das bedeutet, dass wenn sobald diese Funktion, den Train Simulator unter DirectX 12 zu spielen, möglich ist, muss dies wahrscheinlich dann in den Startparametern eingegeben werden oder eben auf eine bestimmte Version umgestellt werden. Wie gesagt, es gibt hierzu noch kein Veröffentlichungsdatum, aber es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass der Train Simulator Classic mit DirectX 12 umgehen kann, da dies wohl auch grafisch viele neue Möglichkeiten gibt. Außerdem, ja, und diese Aktualisierung soll auch nur für den Train Simulator in der 64-Bit-Version erfolgen. Die 32-Bit-Version soll nach aktuellem Stand wohl nicht weiterentwickelt werden. Es sollen dort lediglich noch die Fehler behoben werden, aber die ganzen technischen Neuerungen sollen dann nur noch für die 64-Bit-Versionen erfolgen. Ein weiterer Nachteil am DirectX 12 ist es, dass dieser Grafikbeschleuniger nur bei den Betriebssystemen Windows 10 und Windows 11 zur Verfügung steht. Weiterhin wird auch am Content Manager gearbeitet, dass zum Beispiel das Zusammenstellen von Zugverbänden nun einfacher wird, sofern dies über den Blueprint erfolgt. Außerdem sollen auch die Lua-Skripte behoben bzw. erweitert werden. Es sollen neue Oberflächen geben. Zusätzlich soll auch die Fehleranalyse besser sein, denn es gibt ja immer den bekannten Fehler ab und zu out of memory und diese Fehlermeldungen sollen zukünftig genauer sein, sodass die Spielenden zu Schluss folgern können, ist das jetzt ein Problem mit dem installierten Inhalt oder ist das ein Problem mit dem Spiel. Außerdem soll es noch viele weitere technische Verbesserungen geben. Entwickler Duftail Games, wie gesagt, nannte hier natürlich noch keine Release-Termine, aber es kann von Vorteil sein, sich hier auf dem Laufenden zu halten. Der Artikel mit dem kompletten Text, den findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, was ist eure Meinung zum Train Simulator Classic und dass das Spiel nun für aktuelle Betriebssysteme und vor allem PC-Systeme eventuell aktualisiert werden soll. Findet ihr das gut, dass der Train Simulator dadurch noch ein wenig länger, also dass diesem schon etwas betagten Spiel noch etwas Leben eingehaucht wird? Und ja, welche Features würdet ihr euch noch für den Train Simulator Classic wünschen? Oder welche Bugs sollten unbedingt behoben werden? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ja, es war sehr technisch heute. Trotzdem danke ich euch bis hierhin fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder dabei seid. Hat bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix der Weise.